Das ist eines von vielen Sachen auf dem Community-Server. Und wir würden potenziell heute schon mal... Also wir haben noch super viele Bugs, es muss noch super viel gemacht werden, super viel gefixt werden. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir würden aber heute schon mal in einen Live-Test mit Community gehen. Wir haben Pokémon auf dem Server und das Glurak sitzt gerade im Burger-Shot. Natürlich, ich nehme mir mal einen eigenen Tisch, weil ich bin echt groß. Der Character-Creator ist noch bugged as fuck. Die Kleidungs-Shops sind noch bugged as fuck. Findet euch da einfach ein bisschen zurecht. Ihr werdet klarkommen, es ist nur ein Test. Es ist noch kein Go-Live vom Community-Server. Trotzdem werden wir heute schon mal ein bisschen testen und ein bisschen schon mal auf dem Community-Server rumlaufen. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch ins richtige RP gehen. Wir werden heute noch auf KW zocken. Auch schon mit Voice, genau richtig. Und ansonsten ganz normale Standard-RP-Regeln. Wir werden jetzt gerade kein extra Regelwerk nehmen. Kommen, wir essen einfach zusammen mit Voldemort und Burger. Ihr dürft keine Autos fahren, keine Fahrgeräte benutzen. Ihr dürft durch die Gegend laufen, wenn ihr ein Pokémon bespielt. Ich weiß nicht, ob Voldemort Zeit hat. Voldemort könnte der in ein Pokémon-Verwandler sein. Der euch, wenn ihr als Mensch eingereist seid auf einen Community-Server, der euch dann in ein Pokémon verwandelt und euch mit einem Fluch belegt. Ja, wenn ihr irgendwo mitfahren wollt in einem Auto, so könnt ihr es natürlich machen. Aber nicht einsteigen oder irgendwas, was bugt. Sondern es ist immer noch so was ähnliches wie RP. Okay. Au! Bruder, Bodenwillen! Ah! Sim, Simsalah! Weil, also wenn ihr als Pokémon halt Fahrgeräte benutzt, sieht das halt immer... Wobei, der wird sogar fast gehen. Ah! Ich... Ich... Hä? Hä? Wem bist du denn? Wir... Ha! Ha! Jo! Voldemort! Verzauber ihn mal! Mach ihn zu Mautzi! Miauts genau! Simsalah? Hallo? Ähm, ähm... Ich weiß nicht, wie mein Pokémon heißt. Mautzi! Mautzi! Simsalah! Mautzi! Simsalah! 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 Ja, wir stellen uns oben in den Tower. Dann kann man oben im Tower, kann man ne Pokémon-Verwandlung beantragen. Ich hol euch ran. Es heißt Wingardium Liriosan. Ist der, ist der, ist der andere auch drin, Jari? Ist das Hermine Granger, Bruder? Natürlich bin ich Hermine Granger. Bruder, du... Als ob du mich nicht kennst. Ich verfick doch mal Hermine Granger, Alter! Ach, scheiße! Bitte sag mir, damit geht der andere auch, Jari? Nee, hier ist ein anderes Set. Ach, scheiße! Oh, was bist du denn, Alter? Bellatrix. Wie Golkes Mutter! Nice! Freut mich, dich kennenzulernen. Ey, ich hab viel von dir gehört. Ähm, mich kennst du doch schon. Gestern Nacht, davor die Nacht, ab und nach... Ihr seid beide scheiße! Du nimmst Crack, oder? Äh, ja, und Kokain. Okay. Ja, das hat mir dein Sohn erzählt, aber der redet mir zu viel. Könntest du den vielleicht in einen Anton verwandeln? Welcher? Der hässliche Sohn oder der, den ich mag? Der hässliche. Ach so. Mich jetzt verwandelst du Wurstgesicht, ne? Wurstgesicht! Kann ich fliegen? Ja, du kannst fliegen! Spring einfach da runter! Flieg sich, Lor! Der ist tot. Das ist das verfickte Krankenhaus auf dem Community-Server. Bro, das ist nicht nur Krankenhaus. Das ist, äh... Das ist, äh... Bro, das ist... Das ist alles. Das Ding ist so gigantisch riesig. Das hat ein eigenes Restaurant, Physioabteilung, Reha-Zentrum, äh... Büroräume, äh... Also, du kannst dich hier neun Jahre drin nur in einem Krankenhaus verlaufen. Maschok! Beruhig dich, Maschok, beruhig dich. Warum kriegst du das also? Maschok. Hallo? Hallo? Was geht? Hallo? Wo gibt es denn diese Zauberer? Haben sie schon irgendwann gesehen? Naja, also du musst dich mitten auf die Kreuzung stellen... Aha. ...und in einem Pentagramm laufen. Maschok! Gut, da habe ich jetzt noch eine Frage. Maschok, der Baseballschläger ist ein bisschen klein für dich. Maschok! Pack den Zahnstocher wieder weg. Oh, Maschok. Aber ich meine, die Idee kam vor was? Vor sieben Tagen. Wir sitzen als Pokémon-Sterkleide mit einem Voice-Chat und fahren durch geile MLOs. Ja, also, das ist halt das, was wir wollten, ne? Und also, wenn wir das jetzt weiter ausbauen, Digga, das kann... Also, das wird anders heftiger Communities, aber ich sag's dir. Das wird so wild werden. Es wird so, so, so wild werden. Fahr mal zum Meeting, dann können wir, ob die anderen Pokémon da sind. Oh, schau, da sind Poké. Oh, wir werden gegängen. Maschok! Maschomai! Oh! Nein, nicht so ein Bilder. Ich habe einen verletzten. Ah, Panter! Ich habe Schmerzen. Aua. Maschok. Oh, darf ich mit einsteigen? Ja, Maschok! Maschomai! Erstmal! Ne, guck mal, ich fahr den Bus. Ne, der haut mich! Panter! ... ... ... ... ... ... ... Panferno, 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 Panferno. Hier vorne seht ihr die Brücke, ich sei crazy. Ja, Alter. Oh, da ist ein Spieler rechts von uns. Wo? Weiß ich nicht, sind nur die ID? Jetzt ist es weg. Oh, ist hier irgendwann ein Medic. Ich hab so einen Pochen die ganze Zeit, das ist so nervig. Also es gibt halt super viele MLOs, da weiß ich gar nicht, wo die sind, Alter. Die Tage hat mir Hand gezeigt, wir haben mir auf dem Server... Wir haben so... Wir haben irgendwie so ein 900 Quadratmeter Restaurant einfach. Und so ein Shit. Also du kannst halt in ein Gebäude rein, wo du von außen gar nicht denkst, dass du da reinkommst. Also es sind diese anderen Dinger drin. Warte schon mal. Marjok. Hallo, mein Name ist Bob Sponge und ich bin Burger-Brater. Was kann ich für Sie tun? Marjok. Moment, installiere Übersetzer. Bip, bup, 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 bup. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ein Burger. Marjok. Leider hab ich keinen Zugriff auf die Kasse. Zwei Burger. Auch damit hab ich keinen Zugriff auf die Kasse. Willst du hier arbeiten? Ich will hier arbeiten. Ich bin Bob Sponge, der Burger-Brater. Wir sehen uns nachher nochmal. Ich wünsch dir Spaß noch bei mehr Kunden. Frohe Seeho. Sicher. Die Tür hat er nicht getroffen. Oh, ich mach mich auch weiter. Ich flieg jetzt rüber. Hallo. Hallo. Wir haben es auch verkauft. Ja, der ist doch hier. Panferno, vielleicht brauchst du gehen anstatt fliegen. Panferno. Hey, halt auf, halt auf, halt auf. Ich bin nix. Komm mal mit. Komm mal mit. Also gehen tut prinzipiell alles. Es ist nur noch nicht anständig alles konfiguriert und eingestellt und es ist noch nicht alles Bugfix. Aber grundsätzlich habt ihr einen voll funktionsfähigen RP-Server hier. Also ihr habt alle Systeme drauf, die man auf einem RP-Server bräuchte. Die müssen noch angepasst werden, eingestellt werden, konfiguriert werden, Ecosysteme überarbeitet werden und so weiter. Ich habe euch halt noch keine Immobilien angelegt und ich habe erst einen einzigen Autoshop angelegt, wo man gerade nur drei Autos kaufen kann. Aber rein funktionell könnt ihr alles auf dem Community-Server machen schon. Ihr könnt das auch ausprobieren. Ihr könnt euch umschauen heute Abend. Wir lassen den heute Abend als Test laufen. Hey, Typ im Auto. Ich bin's. Der Adler, Mann. Hey, Jo. Was geht? Was geht, Alter? Brauchst du was? Irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe Stöcke... Bei einem habe ich eine Sonnenbrille geklaut. Also wenn du irgendwas haben willst, Alter. Ich habe alles, was du brauchst. Ich kann noch alles besorgen, weil keiner vermutet, dass es der Adler war. Hey, Jo. Hast du was zu rauchen? Was zu rauchen, Alter. Warte mal. Lass mich mal an meinen Federn gucken. Nee, Alter. Was zu rauchen habe ich nicht dabei, Mann. Scheiße, Mann. Ich dachte, du kannst alles besorgen. Ja, ich kann alles besorgen, aber... Dauert halt vielleicht ein bisschen, ne? Okay. Ich muss halt irgendwo einen Typ finden, der gerade einen am Rauchen ist. Und dann muss ich dem den... Muss ich im Sinkflug runter, muss dem das aus der Hand klauen. Das dem Schnabel zu dir bringen, Mann. Aber wenn du willst, dann besorge ich dir was. Ja, das war richtig geil. Okay, ich flieg los und komm mit was wieder, Alter. Perfekt. Kein Problem, Mann. Hier. Also da kann nicht nur ein Boxclub drin sein, sondern da können ganz viele verschiedene Sachen drin sein. Ja. Da ist der Boxclub drin. Oha. Einfach Pokémon Arena. Ist schon geil, oder? So, bist du bereit für einen Fernkampf? Ich bin... Ich bin bereit. Auf los geht's los! Los! Das wird George! Das analyticere espectrore! Dasério. Dass diehi credits viel zuję. Ah, ausicamente k... Ich bin deco. Ah, aus! family am Tag! Es wäre fröh Kro veterans! Oh, aus! Oh, aus! Oh! Ich auch nie unser Geist! Untertitelung. BR 2018